Nicht nur im Kern des Kongresszentrums Alpbach wurde Ende September intensiv nachgedacht, auch beim zweiten Forum der Generation 11 der Leadership Academy wurde vier Tage lang diskutiert, nachgedacht und sich untereinander ausgetauscht. Das Treffen stand unter dem Motto Leadership im Dialog und rund 250 Führungspersonen aus dem Bildungsbereich haben sich dazu eingefunden. Das Besondere an diesem Forum ist, dass wir mit LEA 10 begonnen haben, verstärkt die Leitungspersonen in der standortbezogenen Schul- und Systementwicklung zu unterstützen. Und das basiert einerseits über die Kamingespräche, andererseits über spezielle Workshop-Angebote mit Schwerpunktverantwortlichen und Führungskräften des Ministeriums. Und weil es aber immer wichtig ist, auch den Blick über das System zu wagen, neue Perspektiven, ist ein ganz wichtiges Element dieses Forums Gastvertragende. Und diesen Gastvertrag gestaltete in diesem Jahr Professor Günther Funke, der über Führen mit Werten und Sinn referierte. Neben Kamingesprächen und Workshops stehen bei der Leadership Academy Traditionell auch die kollegialen Team-Coachings auf dem Plan. Die Leadership Academy ist als Instrument des Erfahrungsaustausches und der Ideenfindung und Weiterbildung nicht mehr wegzudenken. Die Leadership Academy vernetzt außerdem die verschiedenen Ebenen im System, was sicherlich unterstützt die Entwicklung von anderen Blickwinkeln und anderen Sichtweisen als der eigenen in Ergänzung, sodass sozusagen ein größeres Gesamtbild entsteht und der Zusammenarbeit von Führungskräften dient. Die Leadership Academy unterstützt nicht nur, sondern gibt auch Impulse, Projekte und Ideen voranzutreiben und umzusetzen. Bildungstv hat für Sie den Vortrag von Professor Funke mitgefilmt. Sie finden diesen auf unserem Bildungstv-Portal. Aufhnüacz! Auf, auf LinkedIn! Körs! Auf, auf! Auf! So! So! Bis zum nächsten Mal.